Einen wunderschönen guten Damen und Herren, willkommen in der neuen Folge von Ghostrunner 2. Ich habe gerade noch die Kurve gekriegt, ich musste den Schatten entfernen. Und dann verkack ich das. Wir haben gestern die neue Fähigkeit mit dem Schatten erhalten. Das heißt, wir können einen Schatten von uns machen. Wir werden gleichzeitig aber unsichtbar. Einfach eine sexy Sache ist, soviel dazu. Hoppala. Tschüss. Sehr gut. Ah, scheiße. Er ist weg. Glück gehabt. Okay. Fuck. Untergefallen. Passt. Kann passieren. Das war jetzt doof. Ich glaube, ich warte lieber, bis er kommt. Na komm schon. Ja komm. Ach. Verkackt. Er ist auch noch. Bruder. Ja, ausweichen sollte man auch noch. Jetzt bin ich aber ausgewichen. Komm nochmal. Weißt du was? Was ist jetzt? Ja komm. Er ist schnell unterwegs, ha? Shit. Okay. Ich hab verfehlt mit dem Schuriken. Okay. Sauber. Kann man das nicht irgendwie so kombinieren? Ja. Wo ist der andere? Steckt sie hier. Okay. Das geht sogar. Okay. Nice. Okay. Scheiße. Sagt er das jetzt jedes Mal. Wenn ich sterbe. Was ist das? Oh shit. So. Okay. Was haben wir hier so schönes? Muss ich dort einen Schatten platzieren oder... Was ist da? Okay. So. Jetzt ist da ein Schatten. Die Frage ist nur... Was bringt das? Okay. Ich hab ziemlich lange Zeit. Das ist gut. Ich hab verdammt lange Zeit. Okay. Kriegen wir hin. Ja. Und durch. Alright. Das ist doch super. Oh shit. Okay. Da muss ich erst mal... Werben. Na komm. Sehr schön. So. Der zweite ist... Ah. Das ist so ein blöder Samurai. Okay. Komm mal her. Komm, komm. Komm. Da eben nützt es nix. Und los. Wow. Okay. Startup. gut so, das Ding ist weg ist gut er kommt wieder nicht doch, jetzt kommt er okay komm schon kann ja wohl nicht sein hier alright so gut komm mal rüber hier so, hab dich ja, dem I am the Builder I am the Foundation I am the Architect join me in the Void let us become one let us cast off the prison of flesh the truth awaits inside jokes aside this does sound much more woo woo than Adam ever did but then again he would say just about anything to make people obey him hmm ja, ne Idee okay neun Gegenstand erhalten nice zeig mal her ist einfach ein neues oh, der elektrische Traum guck mal das sieht doch geil aus das sieht doch geil aus so so wir sagen weiter geht's weiter 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 was ist da was ist da los oh my god ich muss den Schatten da lassen da nicht das Ding da nicht gesehen oh, der musste schon ordentlich kombinieren so, ne neue Scherbe erhalten äh fuck zu langsam ja und jetzt wo muss ich dann hin hm ah what warte mal hab ich mich äh oh, ich hätte Viereck drücken können aber ich glaube ich krieg's hin ich krieg's hin ja so okay we did it weg ah shit okay komm schon und schön reingesprungen okay oh, er hat nochmal geschossen sinnig okay gut sehr gut okay okay ich hab kein Schuriken ja gut doch ich hab'n ich hab'n ich hab'n So, komm. Oh je. Ja, und jetzt? Was passiert, wenn ich... Ah, dann muss ich wieder zurückgehen, okay. Eilige Scheiße. Ah, dann kann ich da hochgehen, okay. Ja, das. Oh, und rauf. Okay. Ah, guck mal da oben. Da musst du ein bisschen gucken. Dann findet man alles. Noch? Muss ich mich verarschen? So. Ich wollte gerade sagen, wenn er das verkackt. Alrighty. Gib mir einen Speicherpunkt. Basilica mit seiner Präsent. Der Fallen. Der Forsaken. Kiehl, Apostel. Gebe deinen Körper. Ich würde lieber nicht. Nö, danke. Ist okay. Ich sage erst mal Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Stopp den Fallen, bevor er das Altar desekretet. Es ist besser zuhören. Ja, ja. Bis morgen. Tschüss. Bis morgen.